Ein Fun Fact über jedes Pokémon. Heute gibt es Togekiss. Togekiss ist das einzige Pokémon, welches eine 7 zu 1 Verteilung vom Geschlecht hat bezüglich Männlichkeit. Also 87,5% aller Togekiss sind halt männlich. Welches im Anime allerdings nur weiblich gezeigt wurde. Also weibliche gibt es seltener, aber Togekiss ist im Anime immer weiblich gewesen. Und zusätzlich, ich kann ja noch Pokémon taggen, also Pocken, wie es überall hieß, außer bei uns in Deutschland. Ja, da ist Togekiss das einzige Support-Pocken mit einer, jetzt muss ich das auch mal ablesen, mit einer Aufladezeit von normal. Keine Ahnung, die zwei Pocken-Matches, die ich gemacht habe. Ich habe auch keinen Plan mehr, okay.